ja leute was geht es geht weiter hier mit let's play kingdom hearts wir machen weiter und ich will ja wie ich weiß wo wir hin müssen wir müssen zum gummijet ich höre nur mal ganz kurz noch was vor bevor wir da hingehen und ich würde sagen wir rennen kurz durch und dauert es so lange an unseren worten nicht im gummijet oder jetzt ist leer also na gut dann geht es schneller als hier das heim der welpen als ihre welt verschwand wurden sie getrennt auf andere welten verstreut sie sicher total irgendwie ängstlich stimmt so du packst das jetzt rein also okay also ich kann ja nichts machen na gut dann will ich auch gar keine zeit verschwenden nicht geht dann geht es nicht gut da muss ich in der welt 99 welpen das ist es wird sich schon so 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 interessant an schon gleich darauf bock bekomme ich jetzt stufe 9 bin ich so so ja genau jetzt gibt es mal alles so heilung wie er mich das will ich euch enthalten aber ich habe es ja genug heilung genau ok über dem items und so da muss ich noch ein bisschen mit reinkommen das ist eine reinkommen sache also ein bisschen ungewohnt aber ja kommen wir schon rein und gegen die fähigkeit fehlt mir wohl noch bei einem das ist hier noch offen dann noch verschlossen ok also heißt auch dass ich noch mal herkommen werden dann los geht es vor der welle mit kniff in der taverne nord steht eine leiter kuppo die aus ist wundervoll war wir mal ganz kurz zu bringen ja vielleicht geht das ja jetzt als trio das was den glocken machen kann vielleicht können wir das jetzt machen er kommt also kurz also wie die abstecher netten ganz kleinen mini abstecher bekommen aber gar kein geschadet mini 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 abstecher denn wir haben auf jeden fall diese welt hier gut genutzt mit level es geht jetzt geht es ok der nice ja gut das ist ja gelohnt da oben sind auch glocken da oben Was ist das? jetzt danke naja ist ja wirklich gelohnt dann brechen wir jetzt auf im fernländer ja Ja, das ist natürlich eine tolle Fähigkeit. Das ist natürlich eine tolle Fähigkeit, ja. Bohnen Station an Crew, der grüne Kreis hat einen euren Aufenthaltort. Mit dem Bewegen des Kreises hättest ihr das nächste Ziel bestimmen. Die Kampfstufe gibt den Schwächkeitsgrad an, je mehr, desto stärker sind die Herzlosen dieser Welt. Mhm. Mit diesem Gomi-Jet reisen wir von Welt zu Welt. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu zerstören. Deswegen muss der Gomi-Jet gekonnt gesteuert werden. Deine Reise dokumentiert, bis du dein Ziel erreicht hast. Mach die Mission, die jede Welt zu bieten hat, auswendig. Okay. Der Gomi-Jet wird jetzt, wird mit BlaBla gesteuert. Drücke. Die BlaBla zum Absinken und BlaBla zum Aufsteigen. Die Blau-Leiste zeigt die Energie von zum Beispiel Laser-Empfangnetz an. Aber ja, aber ja, muss ich sein, was den Energieverbrauch angeht. Die Blau-Leiste zeigt die Schilder-Energie an. Wenn die Schilder-Energie auf 0 geht es zurück auf zur Abflugstelle. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, oh nein. Hilfe. Muss ich das machen? Muss ich das jedes Mal machen? Oh Gott. Okay. Oh Gott. Oh Gott. oh mein gott das würde jetzt mal machen oder 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 welche andere welt ich habe also weil ich dagegen fliege ich sehe es okay das macht mir nichts oh god oh my god okay ah brilliant oh god there is a oh god yeah we are toot die 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 abreden kann oh gott was geschafft oder alter ist ja hier eine neuer als vor danke land du gottes willen landen wundersame begegnung okay ja hennchenbau okay Wie ist er so klein? Nein, du bist einfach zu groß. Das tut. Muss du so laut sein? Du wachst mich. Guten Morgen. Guten Nacht. Ich brauche ein bisschen mehr sleep. Warte. Was müssen wir tun, um klein zu werden? Warum probierst du die Bottele da? Kann ich nicht schicken. Aber du bist die Bottele, was ist eigentlich zu sehr intensiv. der final sauer komme ich durch so kann man mal die gelegenheit von zu spielen oder ist denn nur so ein neben charakter hier geht es auch ein Nein, da geht es nicht weiter. 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 Das ist nur ein Sound-Effekt oder was auf uns bedeutet? Nein, da geht es nicht weiter. Ja, was soll ich denn hier genau machen? Nein, da geht es nicht weiter. 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 gebrauchen aber gar nicht mehr viel mist ja gut ich habe sie mal geguckt man muss das wett verschieben ja was doch gemacht wird doch gemeint hat haben wir das nicht ausprobiert der armen ist habe ich gesehen scheiße oh oh Die Kirche ist jetzt in Session! Ich bin auf der Anfeuerung. Aber warum? Ihre Majestät, die Queen des Hearts, preside. Diese Frau ist die Schuld, es gibt keine Angst. Und die Grund ist, weil ich so sage, das ist warum... Das ist so unfair. Nun hast du etwas zu sagen, in deine Gefahr? Natürlich. Ich habe absolut nichts falsch gemacht. Du kannst du Queen sein, aber ich bin froh, dass das nicht das Recht geben, dass sie so... so schrecklich sind. Silenz! Du darfst? Du verstehst mich? Hey, Leute, wir sollten sie helfen. Ja, meine Frau. Wir sind außerhalb, also das wäre das Muddling? Muddling, ja. Oh, ja, und das ist gegen die Regeln. Der Kurs findet den Defendant. Der Kurs ist schrecklich. Für die Gefahr, die Gefahr und die Gefahr von meinem Herz. Oh! Auf mit der Hände! Oh, nein! Oh, bitte! Halt es da! Wer bist du? Wie darfst du mit meinem Kurs? Entschuldigung, aber wir wissen, wer die Realität ist. Uh-huh, es ist die Heartland. Anyway, sie ist nicht derjenige, die du schaust. Das ist Nase. Hast du eine Beweise? Uh-huh. Irgendwie weise für alles unschuld. Sonst heißt es ab mit allen Köpfen! Damit so viele Beweise wie ihr wollt. Er stellt Bericht, sobald... Okay. Okay. Wir weisen einen Bericht erstatten, kriegen wir hin. Wer bist du? Äh, wer wohl? Arme Alice! Bald verliert sie ihren Kopf! Dabei ist sie völlig unschuldig! Haha! Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, sag es uns! Haha! Die Tiger-Katze weiß alles! Aber nicht immer... Aber sag nicht immer alles! Haha! Die Antwort, der Schuldige! Die Katze, alles sieht im Dunkeln! Warte! Sie haben den Wald verlassen! Aber ich sage nicht, durch welchen Ort. Es gibt vier Beweisstöcke. Es ist ein Kind, ein Kinderspiel, die davon zu finden. Das vierte ist schwierig. So eine Belohnung, wenn ihr alle findet. In wen können wir ihr trauen? Vertrauen oder nicht vertrauen? Ich vertraut darauf, dass ihr euch entscheidet! Viel Beweise! Okaychen! Wird euch wohl irgendwie viel Beweise zusammenkriegen! Gebt mir Eta! Ganz sicher nicht! Naja, er wird das dann eben noch so ungeschrieben, ne? Was weiß ich! Ja! Geht! handlungen wunderland ok ok ich könnte noch mal nachlesen ist aber sehr gut gemacht mit meter ja okay da ist das gleiche schönen danke auch weiß fußspur erhalten wir sind ja alle blumen versorgen oder wieder gut dann machen wir es mal gelben du willst auch dass ihr willst du nicht einen sprung wagen oder seine stimme los nehme ich will nicht essen ich bin ja so lecker ok Ah, das habe ich dir ja schon gegeben. Aber einen Beweis haben wir ja schon, okay. Mal gucken, wo es hier noch lang geht. Okay, ich weiß nicht, wo noch ein Beweis ist. Hier kann ich speichern, das ist doch schon mal. Nicht ganz so schlecht. Genau, einmal speichern, das ist immer ganz gut. Ah, Lari, ich komme. Au! ... ... ... ... ... Ah, okay, warte, danke, 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 danke. Ich habe gar keine Ahnung, wie werden die Beweise auch alle kommen sollen. Nice! Nice! ja gut müssen wir noch mal gucken wer seid ihr ich bin ich bin goofy und das soll nun aber erkennt zu lernen auch wenn die umstände angenehmer sein könnten tut mir leid dass hier mit eingezogen wurde wo ist jetzt die ihre königin majestät der herzkönigin jetzt kommt mit haben wir ja es ist jetzt Ähm, okay. Yo, danke. Oh, wer weiß, zwei Stacheln, okay, nice. Warte mal, vielleicht geht's ja, oder es geht schief, ich weiß nicht, aua, aber gut, hier haben wir schon den zweiten Beweis, das brauchen wir ja nur noch, das ist ein Pastor Eta, äh, jetzt brauchen wir noch die Beweise, ne. Meine Beweise finden, das sollte ja hier nicht das Problem sein. 97, na gut, jetzt sauer das nur noch. Ah, hier kann man wohl auch hoch. Okay, probieren wir das mal, aber meint ihr, am Ende, jetzt Beweisstück zu kommen, könnte in dem Fall schwieriger werden, nur kann man auch gleich 100 Zimmer, okay, au, ja, Beweisgeruch, okay, 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 wir wollen mit den drei Beweise mal versuchen zu ihr zu gehen, aber ich speichere mal Feuer, ich gehe mal zu ihr und dann, äh, ja, guck mal. Malte, weil sie ihr gefunden habt. Karten, bringt meine Beweise vor. Wenn ich sein muss ja mal aus, dass du das produktieren willst, anhand der Weile werde ich Katze sprechen, was nach all der Bemühungen so widersprichst, dann wäre es doch auch dein Kopf. wen und eine schachtel herr war kein feuer nochmal speichern was war das hier ist unschuldig ich bin ja das gesetz 29 ist hier der widerspricht schuldig alles verrückt ergreift sie ich schütze den turm, oh warte ok oh warte ok, ich schütze euch ok 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 es bringt also ich glaube sie muss runter oder kalt sein ach so jetzt verstehe ich immer wieder ansonsten man sie aber 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 auch der bauer ist okay das wird verstanden oh god von der die voranergie war noch mehr energie okay okay Ah, ah. Okay. Ich werde kurz hinrennen zu ihr wieder. Nein, Null. Nein, jetzt auch zu. Ich werde kurz hinrennen zu ihr wieder. Ja, aber das verstehe gar in den Sinn nicht. Was hat denn das jetzt gebracht, dass wir das ja niedergehauen haben? Ja! Ja! Come on! ähm, ja habe ich jetzt gewonnen oder verloren? verloren, okay hätte ich gedacht, dass das ja so sein soll dass man okay will ich das nächste Mal nochmal angucken auf jeden Fall würde ich sagen danke für Zuschauer und beim nächsten Mal geht's weiter ich hoffe euch hat's mal wieder Spaß gemacht und wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bis dann haut rein, tschüss, euer Pirates, tschau